Jo, was läuft, was geht Freunde? GambleJoy ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Pfeif Gringos Casino. Ich habe eine Wellness von 4200 Euro. Heute geht es in der Runde Gates of Olympus. Bonus Buys. 900 Euro. Let's go. Wir kriegen rein. Letztes Mal war ja ganz crazy, was ich mir da gegönnt habe. Hat irgendwie noch ein bisschen geklappt. Heute 900 Euro Gates of Olympus. Wir starten hoch. In der Hoffnung, dass was kommt. Weiter, weiter, weiter. Tumblewinds. Okay, Mal 5. Gut. Schön, dass ihr wieder da seid. Ah, ein Scanner gefehlt. Oh. Na. Hallo. Ja, weiter. Das ist ein Game, ganz ehrlich. Natürlich. 900 Euro weg. 1000 Euro. Let's go. Okay, jetzt. Multi, 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 multi. Ja, multi, multi, multi. Nochmal mal 10er oder so rein. Komm. 537 Euro. Aber wenn da ein guter Multi reinkommt, pats. Ja, weiter. Gut, jetzt multi fallen lassen. Komm. Lass multi fallen. Ja. Ja. Dinger. Ah, okay. 652. Nice. 1200. So, jetzt nochmal. Let's go, Zeus. Ja. Ja. Und multi, komm. Oh, Verlängerung. Nice. Und wir haben 19er, multi. 1, 3. Jetzt einmal nur einen fetten Hit holen. Komm. Weiter. Ja, Verlängerung original unnötig. Aber 1400 Euro. Nice. Aber gut. Schluss fähren wir damit auch nicht, ne? Ja. Ich bin nochmal für 1000. Noch einmal. Let's go. Come on. Zeig uns, was du drauf hast. Multis. Zeus. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eigentlich mega Freispieler. Ich mach das zuhause nicht nach. Let's go. Mach zwei Vollbilder einfach. Eins, keine Ahnung, irgendwas. Ja, vier, okay. Verlängerung, Verlängerung wäre mal was, alter. Verlängerung. Mann. Let's go. So dumm, ey. Kopf. Jetzt hau vier Stück raus, alles ist gut. Oder ganz viele Dreier, auch gut. Mach einen Vierer jetzt oder einen Fünfer. Komm. Komm. Let's go. Mach's einfach jetzt mal. Ja, ein Dreier, nice. 800 Euro. Wir brauchen nur einen mehr, sind 8000. Komm. Come on. Krieg's hin. Komm, mach's. Komm. Komm ooon. Komm ooon. Weiß hollene Euro kann man nichts sagen. Ah. Da brauchen wir jetzt schon viel. Einen Vierer. Eiii, Eiii, Eiii. Eiii, Eiii, Eiii. Eiii, Eiii, Eiii. 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 Eiii, Eiii. Machen wir einfach fünf. Jetzt ist es over, glaube ich. Kopf, vier Bücher, jetzt wo ich auf fünf gehe, 160 Euro, gib mir mal ein bisschen den Kopf, vier Stück, fertig, komm, Kopf. Okay, dann darf man mal fünf. Ah, jetzt wohl Tage hast du auch dabei, ne? Ich spiele es so oft, ne? Hat noch nie einen Fünfer dabei, glaube ich, also jetzt in dem Game. Generell natürlich schon mal. Cool. 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 Ah, schade. Geh mal, Kopf, Kopf, fertig. Let's go, jetzt komm. Schaffen wir es nochmal irgendwie uns hochzuarbeiten? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Krass, okay, Vollbild. Incoming. Verlängerung, wir auch machen was. Komm. Oh, ein Dreier. Jetzt over. F***. F***. Alter Verwalter. F***. Es. F***. H***. F***. F***. lining. ileri. Was macht der? Junge, dann lass es einfach sein, ganz ehrlich. Was macht der mit mir? Er will mich nicht aufgeben. Ei, 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 ei. Wenn ich hier heute noch einen Comic starte, ey, dann glaube ich gar nichts mehr. Kann immer passieren, ne? Verlängerung, jetzt, erstes Mal, komm! Das wäre doch mal was gewesen. Hatten wir heute nicht einmal, ne? Ja, jetzt, der verlängert. Ja, Mumieverlängerung, Mumie, Mumieverlängerung. Egal. Verlänger doch einfach. Das wäre gar nicht wichtig, ey. Na gut. Ja, jetzt, Verlänger, komm! Hier, hier, hoch, hoch, hoch! Nein! Klar, und die Mumien versetzt. Junge! Ah! Da waren die Mumie wieder. Auf 5 Euro. Ja, da muss ich wenigstens nicht kaufen. Ja. Jetzt mach einen 4er. Einfach irgendwie. Mach's einfach. Let's go! So. Dann höre ich auch auf mit dem Game. Come on, mach jetzt was. Mach's doch einfach mal jetzt irgendwas. Kein 2er, kein gar nichts. Junge, das ist die ehrenlosesten Session, die ich seit lange gespielt hab. 700 Euro jetzt nochmal. Mach's einfach mal 5 Stück. Bats! Einmal! Ja, Verlängerung, mach, komm, mach doch mal, komm, ja, ich glaub's nicht, und dann kriegst du dann einmal so ein Ding voll und fertig, mach's doch, ja, nochmal, ja, das werden wir entscheiden können, wir brauchen auf jeden Fall einen Vierer, ja, einer mehr, natürlich besser, aber ein Dreiein, oder halt einfach mal einen Fünferknall, ne, das ist gut. Okay. Boah Leute ey, es gab auch den ein oder anderen Punkt der hätte ich es einfach sein lassen können. Okay. So. So. Okay. Okay. So. Ja, das ist sehr gut. Das macht ja halt alles viel zu spät. Ach, ich weiß auch nicht, was er hier mit mir macht, ganz ehrlich. 664 Uhr. Noch einmal mal ein Bild oder wie rollen. 5 Köpfe erfällig, Batz! Komm schon, wir gehen! Oh! Wir brauchen jetzt eigentlich einmal so eskalative Freispiele. Jetzt einfach ein paar mal verlängern, dann wieder aufbauen ein bisschen. Soll ich tausend Euro machen, dann gehe ich im Roulette. Ein voll genug. Soll ich aufbauen? Okay. 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 Stück habe ich mir jetzt verdient oder mal so 100 Freispiele Ej 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 Aaaaah eine mehr Eine mehr Es wäre doch okay gewesen Geh rein, geh rein Boah Wenn der mir jetzt reingegangen wäre Auf 40 Euro Fahrfreunde, leid ich Da hättet ihr gar nichts mehr geglaubt So 800 Euro nochmal Schade Kopf hätte ich auch genommen J Oh Gott Und man bräuchte jetzt eigentlich mal So ein paar Feuerbilder Zack, zack, fertig So viele Verlängerungen, dies, das Was Ja Come on Jetzt Verlängerungen noch hinterher Trau dich Genau Tausend Euro Ja Ja Kopf Kopf Ok Hoch Hoch Man ich hasse das Die ersten beiden Ihr hasst das auch alle Ne Was mach ich denn jetzt Nochmal kaufen Let's go Komm Komm mach 3000 Euro dann nicht aus Ich weiß es ist relativ unrealistisch aber Die Sphinx Achso ok Achso ok Und davon Folly Wir brauchen jetzt mal Verlängerungen Kira gut Na ist gut Ist gut Ist gut 800 Euro schon Jetzt ein volles hinterher Wie wärs Mach ein Feuerbild hinterher Dann hör ich auf Come on Ich mach genau wieder Tauben Oh Verlängerungen Komm Komm 2,80 Ok Freunde Dann spielen wir ihn jetzt auf 40,50 Euro Vielleicht haben wir Glück und kriegen irgendein Bild Kchild Okay. Ja, das war's Freunde. Schade. Heute lief es leider echt nicht so gut. Falls ihr auch mal zu oben holt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt nicht Glücksspiel kann, spielt bitte nur mit dem Game. Was hast du überhaupt? Haut rein und macht's gut eure Game-Method. Ciao.